Guten Tag, heute ist Thanksgiving hier in den USA. Das Wetter ist wunderbar hier heute in der San Diego Area. Wir haben im Moment 88 Grad Fahrenheit, also knapp 30 Grad Celsius und in der Hinsicht beklagen wir uns diesmal nicht über das Wetter. Mein Sohn Logan und ich waren auf einem Trip ab oben in Oregon und ich habe zwischendurch schon mehrere Videos gepostet, aber jetzt, nachdem ich dann durch die Fotos gegangen bin, ein paar Fotos einfach posten mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Einfach so die besten Highlights des Trips. So, wenn ihr mehr erwartet, mehr ist es leider nicht für heute. Es ist also wirklich nur hier ein Video und dann wirklich schöne landschaftliche Bilder. So, viel Spaß. Tschüss. So, viel Spaß. So, viel Spaß. So, viel Spaß. So, viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020